Hecking über Osun, ab Sommer sicherlich nicht beim 1. FC Nürnberg. Kang Wusan war wieder einmal der entscheidende Faktor für den 1. FC Nürnberg. Doch wie Sportdirektor Dieter Hecking offen zugibt, ist seine Zeit beim Verein gezählt. Natürlich nicht auf dem 1. Platz. Kang wird seinen eigenen Weg gehen. Nach dem Sommer wird es der FC Nürnberg sein, sagte der 59-Jährige vor dem 1-0-Sieg. Beim FC Magdeburg spielte er Fsk und wollte das Vorliegen eines Angebots für Kang Wusan nicht geheim halten. Schließlich sah er ein auf dem Markt gesuchter Spieler, der genau gefragt hat, bleibt ein Geheimnis. Der 18-Jährige hatte bereits Ende Februar Verhandlungen mit der Frankfurter Eintracht bestätigt. Allerdings blieb er nach dem Abpfiff recht vage und gab auf die Frage, ob er in der Bundesliga bleiben wolle, keine klare Antwort. Wir haben auch Angebote aus Übersee. Gemeinsam mit meinen Beratern und meiner Familie muss ich alles abwägen und dann die bestmögliche Entscheidung treffen, sagte Usun und betonte, dass sein aktueller Fokus auf Nürnberg liege. Usun, der in der aktuellen Zweitliga-Saison 13 Tore erzielte und 37% der Gesamt-Tore der Franken erzielte, bleibt dem FC Neng verbunden und sein Marktwert steigt mit jedem weiteren Tor. Trainer Hecking sagte scherzhaft, ich werde bei den Verhandlungen noch einmal darauf hinweisen, dass jedes Tor eine weitere Million Dollar wert ist, sagte dann aber wieder mit ernster Miene. Sein Finish wird nach einer Woche gut sein. Hecking kritisierte Usun auch persönlich und bemerkte, dass er während des Spiels zu oft einspringt und nicht immer die richtigen Bewegungen hat. Das gleiche galt auch für Magdeburg, wo Usun lange Zeit exmatrikuliert war. Am Ende reichte die intensive Szene, um das Spiel zu entscheiden. Ich verneige mich vor Herrn Braun. Wie Hecking betonte, waren für den Siegtreffer eine großartige Bewegung, eine sensationelle Vorbereitung von Nissenjö Braun und eine gute Abstimmung in der Mitte zwischen Lukas Köhler und dem Torschützen verantwortlich. Lob gab es auch von Usun, der Braun's Aktionen als Weltklasse bezeichnete. Der Stürmer, der sich kürzlich entschieden hat, international in der Türkei statt in Deutschland zu spielen, konnte sich seinen Werdegang nicht erklären. Ich schieße einfach dort, wo es meiner Meinung nach am besten passt, und oft klappt es. Trainer Christian Fühl sagte, Usuns großartige Qualitäten bestehen darin, die Abschlussfeier zu bestehen. Der Junge kennt immer das große Ganze, er sagte. Sicherlich ist diese Qualität anderswo gefragt und viele interessierte Vereine dürften tief in die Tasche greifen. Sollte ein Transfer in Nürnberg stattfinden, ist mit einer hohen Ablösesumme zu rechnen. Wenn uns so ein Glücksfall gelingen würde, wäre das für einen Klub der 2. Liga natürlich ungewöhnlich. Gab Hacking zu, qualifizierte sich aber auch, aber dem 1. FC Nürnberg wird es gut gehen. Das werde ich nie erleben. Nicht nur Usun sorgt bei den Franken für Aufsehen, auch der Verein verfügt über weitere vielversprechende Nachwuchsspieler wie Braun, 20, und den 17-jährigen Finjercz. Hacking weist darauf hin, dass dies kein Zufall sei. Vor 3, 4 Jahren haben wir begonnen, unseren Nachwuchs gezielt zu fördern. In der ersten Elf wurden drei Spiele benannt, Usun, Braun und Jertsch. Diese Erfolgsgeschichten werden auch als Inspiration für die Jungs in unserer Jugendakademie dienen. Wir wollen jedem eine Chance geben, wenn er die nötigen Qualitäten mitbringt.